Sie können es nicht lassen. Nun haben Klimaaktivisten im Deutschen Bundestag den Feueralarm ausgelöst. Gebannt hat es zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich nicht. Die Feuerwehr bestätigte allerdings, dass es sich nicht um eine gestellte Aktion handelte. Der Knopf wurde tatsächlich gedrückt. Die Aktivisten der letzten Generation hatten sich auf sozialen Plattformen wie Twitter zu dem Vorfall bekannt. Zitat, wir befinden uns im Klimanotfall und die Regierung muss entsprechend reagieren. Deshalb werde ich hier gleich im Bundestag den Feueralarm auslösen. Auf diese Aktion hagelte es neben Zuspruch allerdings auch viel Kritik. Auch im Verkehrs- und Umweltministerium soll laut Behörden der Feueralarm böswillig ausgelöst worden sein.